Freiheit auf deinem Rücken, draußen wild oder drinnen ganz in Ruhe. Das Familihotel Landhaus zur Uhr ist nicht nur ein einzigartiges Kinderhotel, es ist auch ein Paradies für Reiter und Pferdefreunde. Echte Beziehung zum Pferd auf Augenhöhe, sorgsam, liebevoll. Nur so wird Reiten Spaß für alle. Echter Kontakt mit Fingerspitzen, mit Leib und Seele. Ich vertraue dir und du vertraust mir. So können wir uns trauen, mutig werden, wilde Sachen machen und querfällt einmal richtig Gas geben. So wird Natur und Reitabenteuer ein einzigartiges Erlebnis. Sonne, Regen, Wiese, Wald, Bach, ganz egal. Pferde und Reiter sind in ihrem Element. Du hast mich brav getragen, jetzt kümmere ich mich um dich. Zusammen machen wir sauber, füttern und trinken. Unsere Reitlehrerin Sylvia zeigt uns, was wir noch alles lernen können. Wie echte Cowboys reiten. Jetzt haben wir euch ein neues Zuhause gebaut. Und am Ende des Tages dürft ihr futtern und neue Kräfte sammeln. Für unsere nächsten Abenteuer im Familie Hotel Landhaus zur Uhr. Bis zum nächsten Mal. Xin ha